Ich habe 64 Stöcke. Nice. 6. DNA. Kommst ruhig, Max. Okay, ich habe auch noch sehr viel Zehn. What? Alter, Junge! Warum? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft PvP. Heute spielen wir mal Sky Wars. Wie praktisch immer. Und ich habe das Kind Pyro und meine Freunde, der Movies Gameplay und der Luca Phoenix. Machen wir alle piep und brummt. Piep. Ey, rum. Rum, rum, rum. Okay, ihr seid die Stadtmusikanten. Offiziell. Comedian Harmonists. Und hier einfach überall immer loot. Oh ja, diese Map, da kommen gute Erinnerungen hoch. Ich finde die am besten irgendwie. Ja, da kommen richtig gute Erinnerungen hoch. Da kommt bei mir was ganz anderes hoch. Bei Aufnahmen, die leider dann verschwunden sind. Leider, gell? Leider, gell? Oder zufällig. Maximilian. Halt deine Klappe. Ey, irgendwie sind da doch keine. Oh, ich habe schon so viel Rüst, Alter. Ey, ich brauche auch was. Ey, das ist meine Rüst. Das ist meine Rue. Verschwinde. Luka Kock. Max, 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 Max. Lennart. Uff, Spaß. Max, 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 Max. Max, 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 Max. Max, Max, Max. Lennart. Nein, nein, nein. Ich bin ein Albtraum. Gib mir was zurück. Gib mir was. Okay, warte. Ich wünsche, ich könnte schlagen. Warte. Ja, ultimative Push. Okay, ich gebe dir ein Lava-Eimer. Ich, scheiße, was. Wenn das was, ich fickte nicht. Komm, gib mir was. Gib's ihm. Wenn dich dir ein Lava-Eimer machen, wirst du verrecken. Gib's ihm. Oh, ja, warte, wie man hat dieser Kichel, der ist in der Liga, was will der? Hä, hallo, ich habe gerade noch zwei Rüstungspunkte, weil die Fahrt. Ja, ich habe nichts mehr, sorry. Hat jemand einen Werkbund? Die gibt es bestimmt, wo, Junge, ich habe übrigens über... Weiß-Stacks-Blöcke, Alter. Wer braucht bitte schon so viel? Goldschwert. Nice. So, da macht mein Eisenschwert noch mehr Schaden, wer bist ich? Mach mal Piep. Nee, Piep. Nee, Luca muss brumm und du muss Piep machen. So muss er brumm. Aber ich kann nicht so gut. Ich kann auch nicht gut Piep machen. Aber ich kann besser Piep machen, oder was? Guck, der kann es voll gut. Scheiß-Maus, Alter. Oh, oh mein Gott, hier war eine richtig gute Truhe. Was heißt, Wadi ist immer noch da, jetzt ist sie leer. Also ich habe noch zwei Verorbeer Goldschwerter. Weil wir in die Mitte gehen. Alter, da kommt, unser Nachbar kommt zu uns. Die Nachbarn. Aua. Oh, ich doch gerade, ich wollte gerade zu. Da, da kommen die Nachbarn, da hat jemand eine Angel. Äh, nein. Aber ich kann mir eine Holzhose, äh, eine Holzhose. Oh, das ist Lennart, Lennart, du bist du. Der ist nach unten, da ist ein Leiter. Bin in der Kanakalisation. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ey, hier sind ja mehr Dias. Oh, stimmt. Also die Kiste dort hinten, glaube ich, schon blutet, aber da sind noch Sachen drin. Wow, hier sind nochmal, hier sind, auf dieser Map sind so viele Drohnen. Ja, was, das ist ja ein Dreier-Team, aber Leute, ihr merkt noch, ihr, unsere Nachbarn kommen. Ihr wisst ihr schon, ne? Ich habe sieben Dias, gell? Nein, die sind schon gedroppt, unsere Nachbarn sind über uns. Ja, egal, was sollen die machen? Jemand, Wassereimer. Sollen sie in uns kommen oder ins Gesicht? Hat jemand, Lennart, halt den Schnauzen. Verschuldigst du nicht, 10 Sekunden Schredder. Okay, ich will wieder, oh fuck, hier sind so viele Dias. Geh weg, ich muss mir ne Hose machen. Die kommen, die kommen, die kommen. Oh, dann geh weg, wir sind nicht bei dir. Ja, schau doch ab. Hey, ich bin oben, ich bin oben. Dann gehen runter. Ab oben nach oben, die kommen nach unten jetzt. Ah, nein, die sind bei mir, Leute. Alter, ich dachte, ihr hattet mich. Ah, ich komm, ich komm. Aber, ich fick den einen, ich habe den einen gefickt. Luca, ich habe den anderen. Hey, wo, wo ist der andere? Hier, den habe ich gekillt. Hey, du bist cool. Ja, ich habe den auch gekillt, Glückwunsch. Und ich habe keinen gekillt, Junge. Aber, Leute, noch einer, einer ist noch oben, einer ist noch oben. Ja, einer ist noch oben, so einfach mal. Ich habe volle Leben. Ey, warte, Lennart, hey. Komm runter, komm runter. Lennart, komm runter. Ich habe geile Rüstung für dich, Lennart. I wanna catch him, Roy. Komm, ich hab' jemand essen. Ja, ich habe 32 Steaks. Die sind oben. Ah, das Essen gehört jetzt mega. Und heiz. Nee, der hatte kein Essen, Mann. Auch Essen, ich habe nur groß Essen. Ja, oben liegt doch Essen. Ich habe es gedrawned. Oh, Arda. Ich bin full Dier. Jo. Hast du noch Diers übrig? Ich habe die Dier. Gib das bitte, Lennart. Gib das bitte, Lennart. Lennart, hier hat deinen Scheiß. Kann es nicht auch, ich habe ein volles Inventar. Ja, ich hätte das auch gerade. Ich habe auch eine Kack-Enderbeerle. Ich habe 64 Stöcke. Ja, ich... Steckst du dir in den Arsch oder sonst wohin, Max? Okay, ich habe auch noch Selfie-Teams. What? Alter, Junge! Warum? Wie viel Leben hast du? Ja, jetzt habe ich wieder voll gleich. Spaß. Ah, es hat mir ewig lang gezogen. Ich brauche noch einen Brustpanzer. Habt ihr einen Brustpanzer? Du bist so ein Arscher, Alter. Ich habe meinen Gold weggeworfen, aber du kannst hier meinen Ketten haben. Nein, mein Lava ist weg, ich habe keinen Lava mehr. Eis. Nein, das sollte man nicht dafür verbrennen. Ich habe dich schon dafür verbrennt. Leute, ich baue mich in die Mitte. Habt ihr einen Dier-Bust? Ich baue mich in die Mitte gerade. Braucht jemand einen Dierschwert? Nein. Äh, nee, ich mache mir jetzt gleich einen Dier-Bustpanzer. Äh, Leute, könnt ihr mich in der Mitte unterstützen? Ich habe eine Enderpearl. Also eine Enderpearl. Oh, ich habe auch eine Enderpearl. Ich wette, der eine will mich gleich mit Schneebellen wegwerfen. Und du bist nicht tot. Schade. Äh, wo bist du? Ja, in Mitte. Ich baue mich in die Mitte. Hast du keine Enderpearl? Nein. Äh, Leonard, magst du meine Eisenrüstung haben? Meine Eisen? Alter, der ist schon ein Equipter-Typ, der hat sogar verzaubert. Luca, komm! Ich bin noch hier. Du kriegst, mein, guck, du kriegst hier dann meinen Eisenbrustparte. Hier. Danke. Hat mir nicht Dier gemacht. Du bist doch, oh, 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 oh. Danke. Ich habe die Enderpearl schon in der Hand, gell? Ja, ich weiß, dass ihr runterfallen. Oh, Junge, wenn nicht ins Wasser fallen und runterfallen. Okay. Wollt einen Apfel, ja oder nein? Oh fuck Ich seh nix Oh oh, ich baue mich nach oben, ciao Nee, doch nicht Siehst du, Junge, ich werfe gleich die Enderperle Junge, warum tust du mich einbauen? Oh nein Oh scheert Oh, Alter, das war knapp Fucking knapp, Leute, ich wäre fast runtergefallen Dieses Geräusch Du sollt mal sich wieder einrahmen Ja, mach ich auch Ich töte den einen Ich töte, ich hab ihn getötet Tschüss Nein, das ist mein Kill Ja, mein Kill Hey, ich hab den gekillt, Junge Ich kann schwer, dass ich den runtergeschlagen habe Nein, ich hab ihn runtergeschlagen Alter, du fällst einfach runter Was geht mit dir? Alter, ich muss mich erholen Du, das lag nicht, weil ich dich eingebaut habe Du bist einfach so scheiße gesprungen Alter Äh, warte Oh, da ist noch jemand in der Mitte, bei mir, im Haus Da, ihr seht ihn Ich, ich gehe zu ihm jetzt Du bist verrecken, kleiner Ey, da, ich hab da Spinnnetzeing gebaut Boah, wie lange dauert es, sowas abzubauen, man Ey, Leute, flankiert ihn Er kann nicht weit kommen, wenn wir ihn flankieren Ich gehe ab durch die Mitte Ja, okay, äh, ja Oh, das ist ein Nosekin, den mein ich fertig, Alter Leute, ich mein fertig, ich mein fertig, Leute Nein, äh, nein, nicht, ihr müsst ihn nicht runterschlagen Nicht runterschlagen Ja Glück, Junge, das war, das war Ey, Lennart, Lennart, Lennart Warte Hat jemand erwartet, ich hab genug, als finde ich Lennart Oh User in your channel Was, wer ist das? Oblo User in your channel Alter channel Ja, wahrscheinlich deine, wahrscheinlich wieder deine Freunde, Fenix, ne? Fenix, Junge Ja, dann ist es Luca Ja, dann ist es Luca Ja, dann ist es Luca Ja, dann hör auf, sie zu platzieren Ich brauche dir, Junge, wer möchte meine Goldboot? Ich nicht Ich brauche dir, Helm Aber du kriegst Dirhelm, ich hab noch sechs Leute, ich mach uns drei angeln Leute, ich hab drei angeln gemacht Dir ein Dirhelm bei der Werkbank Sehr dank Leute, kommt mal her, kommt zu mir Warte, ich kriegst noch ein Goldschwert Bin scheißvoll dir, aber nächstes verzaubert Ich muss was verzaubern Oh, ich hab, äh, verzauber ein Dirhelm Warte, ich geb dir ein Dirschwert Ich? Habt ihr Angeln? Ja Ja, perfekt, ich hab's euch gegeben Ich hab keine Äh, wird kann raus Ich hab Max, ich hab keine Ja, warte Lennart, du bist ein Spaß Er hat meine Diers aufgenommen Ich Gib sie wieder her, ich wollte gerade was Lennart machen Ich muss kurz meine Sachen verzaubern, aber Warte, was willst du ihm machen? Dierschwert Äh, Lennart, du hast doch Pyro-Kit Er hat ein Pyro-Schwert, das ist wie besser als das Dierschwert Okay, dann halte ich jetzt die Diers Boah, guck mal, hier sind noch Sachen, aber die brauchen wir nicht Hey, wir sind full-equipped Mal wieder und wetten, zwei von uns werden sterben Ähm, Lennart Max Nein, äh Alter, da vorne sind drei Typen, aber die sind auch full-equipped Guckt mal, kommt mal zu mir Lennart, kommt zu mir Guckt euch die mal an Die Typen dort, da hinten Ja, das sind so alles Bonzen Alter, die haben zwei Junge, ich muss auch was verzaubern, ich hab vier Verzauberungspunkte Ich auch Levelpunkt Ey, hier ist bestimmt irgendwo ein Zauberbuch, kommt Leute suchen Ich hab null, Junge Ja, Pech gehabt Ich hab dann das Zauberbuch, weil ich kann sonst nichts verzaubern Ja, ja Oder jemand verzaubert mir was Ich verzaubert, ne, Lennart, wie viel hast du? Bier Ja, ich hab acht, ja, okay, dann verzauber ich halt Ich muss all meine Rüste verzaubern Nice Leute, komm, hey, hier ist voll die geile Kiste Alter, bei dir auch Oh, nice Die Kiste war eingebaut, also den musste man, oh shit Ich hab zwei Goldäpfel, wer will Ich geb Lennart Ich hab jetzt auch zwei Goldäpfel Ja, okay Nice Ich hab noch ein Dierhelm, aber das brauchen wir nicht mehr Wir sind schon voll Dier Boah, ich hab viel zu viel Sachen in meinem Slot, ey Ja, ist bei mir auch so Ich hab kaum Essen Einfach, weil die Mitte nicht gelootet ist Wenn man so Ja, die Mitte ist auch richtig groß Ja Hier noch was Ah, au, ey Warte Jetzt, ja Ernsthaft, alle Oh, alles was Ah, Max, die Tour hatte ich schon Ich weiß, ich leg da auch nur Sachen rein Fuck Die Schlange des Konzels Ich werd die, ich werd immer den, äh, ins Endlose, damit's niemand mehr kriegt Stimmt, aber da sind eh nur Scheißsachen drin Ja trotzdem Es soll, als dass jemand anderes kriegt und dadurch einen Vorteil gewinnt Mag sein Hm Junge, ich brauch ihn Braun, Zauber, ey, komm Geh, ich hab neun Eier übrigens Eier? Oh, du hast neun Eier, ui Wie mehr Eier, man, hat das so besser, das ist so geiler Ich hab neun Eier, ich bin geil Schleidern Oh, nein Oh, ich hab Schneebälle Nice Ich hab auch zwei Schneebälle, Lennart Und noch ein Apfel Und Eier Ich hab keine Schneebälle hier Nein Oh, jetzt hab ich sie aufgenommen Ey, die kommen, die kommen Die sind in der Mitte Hä? Okay, ich komm runter Die kommen Au In your face kommen die Ey, die sind schon hier, die sind in der Mitte Wo bist du? Luca Luca Luka Lass mal zu euch finden, wo seid ihr? Du Spasti Der wird zeigen Ich war im dritten Obergeschoss, Junge Oh, fuck, Achtung, Wasser Und von hinten, Achtung Ja Denklich, Luca, hi Ich hab ihn, ich hab ihn Alter, die sind easy Hey, die haben voll gutes Equip Leute, nehmt das Equip Oh, noch jemand Hä, Mann, Alter, jetzt haben solche Lappen Wir gehen zu dritt auf rein Ja, natürlich, meiner, ich glaub, der war meiner Ich glaub, der war meiner Ich denk, der war meiner Hey, wir haben gewonnen Also, okay, warte, ja, Luca, nein Nice Ja, ich teleportier mich in dein Face Okay, mach, Spaß Hier, Eier, 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 Wasser, wir werden alle überschwemmt Hilfe Ich hab verzauberte Dierstiefel Jetzt noch drei Goldämpfel essen Leute, ich war voll Equip Ich war voll verzauberte Dier Equip Okay, also Leute, das war eine üble Runde Wir waren alle sowas von Equip Boah, Alter Lass, lass, ähm Lass diese Folge nennen Die Echte Bundeswehr Oh, bei wem klingelt's Ah, da, da Wart Entstrennert Warte, äh, Luka, lass die Folge die Echte Bundeswehr nennen Die Echte Bundeswehr, die Recruit 2.0 Die Recruiten, also weil wir so voll Equip waren Alter, boah Also Like gerne das Video, schreibt doch gerne einen positiven Kommentar Abonniert doch gerne für mehr Schaut auch bei Luca Phoenix vorbei, wenn ihr schlechte Qualität wollt, dann Spaß macht Echte Qualität, Junge Echte Qualität ist nicht immer der Wortschatz Ja, ähm Ja, scheiß Qualität, das ist ein Wortschatz, nein Ähm, also Schaut auch gerne bei ihm vorbei, wenn man ein Witz Er macht schon gute Videos Auch bei ihm vorbeischauen Und, ähm, haut rein Hab eine gute Zeit Wir sagen jetzt alle Au Äh Arrivederci Bye Ciao Das wieder, Daniel